In den weitläufigen, farbenfrohen Tiefen des Korallenriffs lebte eine junge Meeresschildkröte namens Trixie. Trixie war nicht wie die anderen Schildkröten, sie war lebhaft, neugierig und immer auf der Suche nach einem neuen Abenteuer. Das tägliche Leben im Riff, so wunderschön es auch sein mochte, konnte ihren Durst nach Entdeckung nicht stillen. Sie träumte von den unbekannten Wundern, die jenseits des sicheren Glanzes ihres Heims lauten. An einem sonnigen Tag, während Trixie wie üblich durch das kristallklare Wasser glitt, traf sie auf Marina, eine alte Meeresschildkröte mit weisen Augen und einer sanften Stimme. Marina erzählte Trixie von einer alten Legende, einer Geschichte, die tief in den Herzen aller Meeresbewohner verankert war, die Legende der verlorenen Perle. Trixie, so begann Marina, ihre Stimme so ruhig wie die Meeresbröse, die Legende besagt, dass es irgendwo im großen Ozean eine Perle von unschätzbarem Wert gibt. Diese Perle besitzt die Macht, unser Riff vor dem Aussterben zu bewahren. Trixies Augen leuchteten auf. Eine Perle, die das Riff retten konnte. Das war genau die Art von Abenteuer, nach der sie sich sehnte. Sie musste mehr erfahren. Aber Marina fragte Trixie ungeduldig, wo finde ich diese Perle? Wie beginne ich meine Suche? Marina lächelte geheimnisvoll. Die Reise zur Perle ist voller Gefahren, Trixie. Du wirst deinen Mut, deine Intelligenz und dein Herz brauchen, um sie zu finden. Aber bevor du deine Suche beginnst, musst du einen Gefährten finden, jemanden, der mutig genug ist, dich auf dieser gefährlichen Reise zu begleiten. Trixie nickte entschlossen. Sie wusste genau, wen sie fragen musste. Nicht weit vom Riff entfernt lebte eine mutige Krabe, bekannt für ihre Stärke und ihren Mut. Ihr Name war Alfons und er war der perfekte Begleiter für Trixies epische Reise. Ohne einen Moment zu zögern, machte sich Trixie auf den Weg, um Alfons zu finden. Sie schwamm durch schillernde Schwärme von Fischen vorbei an tanzenden Seedpferdchen und unterbogenförmigen Korallen hindurch, die in allen Farben des Regenbogens leuchteten. Schließlich erreichte sie das Sandbett, das Alfons zu Hause war. Alfons war gerade damit beschäftigt, einen Seestern zu beobachten, als Trixie vor ihm auftauchte. Alfons rief Trixie atemlos, ich brauche deine Hilfe. Es gibt ein großes Abenteuer und ich kann es nicht ohne dich bestehen. Alfons, der nie einem Abenteuer widerstehen konnte, grinste breit. Ein Abenteuer, sagst du. Zähle mich ein, Trixie. Aber was ist unser Ziel? Trixie teilte die Geschichte der verlorenen Perle und ihrer wundersamen Macht mit Alfons. Die beiden Freunde beschlossen, ohne zu zögern, sich gemeinsam auf die Suche zu machen. Sie wussten, dass die Reise gefährlich sein würde, doch die Chance, ihr geliebtes Riff zu retten, war jede Gefahr wert. So begann die epische Reise von Trixie und Alfons. Zusammen würden sie durch unbekannte Gewässer reisen, auf der Suche nach der legendären verlorenen Perle, die das Schicksal ihres Heims bestimmen könnte. Und obwohl sie es noch nicht wussten, würde diese Reise sie zu den tiefsten Tiefen ihres Muts, ihrer Freundschaft und ihres Herzens führen. Die Morgensonne warf ein sanftes Leuchten auf das endlose Blau des Ozeans, als Trixie und Alfons ihre Reise begannen. Alfons mit seinen wachen, neugierigen Augen und kraftvollen Schieren, war das genaue Gegenteil von Trixie, deren ruhige Ausstrahlung und sanfte Entschlossenheit einen beruhigenden Einfluss auf alle um sie herum hatten. Doch trotz ihrer Unterschiede fanden sie schnell heraus, dass sie ein perfektes Team bildeten. Ihre Reise begann im ruhigen Wasser des Korallenriffs, das vor Leben nur so wimmelte. Trixie und Alfons schwammen Seite an Seite, umgeben von Schwärmen von Fischen, die in der Sonne glitzerten, und Korallen, die in allen erdenklichen Farben leuchteten. Aber sie wussten beide, dass vor ihnen weitaus gefährlichere Gewässer lagen. Als sie sich weiter vom Riff entfernten, begann Alfons, von seinen früheren Abenteuern zu erzählen. Er sprach von engen Begegnungen mit riesigen Tintenfischen, von der Jagd nach der schimmernsten Muschel im ganzen Ozean und von Stürmen, die so mächtig waren, dass sie den Sand am Meeresboden aufwirbelten. Trixie hing an seinen Lippen fasziniert von den Geschichten und der Welt, die sich jenseits ihres sicheren Heims erstreckte. Doch nicht alles an ihrer Reise war leicht oder angenehm. Sie mussten lernen, den Launen des Meeres zu trotzen, von plötzlichen Strömungen, die sie in unbekannte Richtungen zogen, bis zu den kalten Strömungen der Tiefe, die sie frösteln ließen. In diesen Momenten lernten sie, sich aufeinander zu verlassen. Trixie nutzte ihre Geschwindigkeit und Agilität, um Alfons durch die schwierigeren Pfade zu führen, während Alfons seine Stärke und seinen scharfen Verstand einsetzte, um physische Hindernisse aus dem Weg zu räumen und Lösungen für komplexe Probleme zu finden. An einem Nachmittag, als sie eine schmale Passage durchquerten, kamen sie einem Schwarm neugieriger Delfine näher. Die Delfine, bekannt für ihre Freundlichkeit und Spieltrieb, umkreisten die beiden Reisenden, plätscherten und klickten in einer Sprache, die voller Freude und Neugier war. Trixie, die schon immer eine besondere Affinität zu anderen Meeresbewohnern gehabt hatte, begrüßte die Delfine herzlich. Alfons, anfangs zögerlich, konnte nicht anders, als sich von der fröhlichen Stimmung anstecken zu lassen. Es war in diesem Moment der unbeschwerten Freude, dass Trixie und Alfons eine tiefere Bindung zueinander fanden. Sie erkannten, dass ihre Freundschaft nicht nur auf dem gemeinsamen Ziel basierte, die Perle zu finden, sondern auch auf gegenseitigem Respekt und einer wachsenden Zuneigung zueinander. Die Delfine, als ob sie diesen Wandel spürten, führten sie durch die Passage und zeigten ihnen einen Pfad, der auf der Karte, die sie von Marina erhalten hatten, nicht verzeichnet war. Als die Sonne begann, sich hinter dem Horizont zu verstecken und der Ozean in ein tiefes, ruhiges Blau überging, wussten Trixie und Alfons, dass sie nicht nur physisch weitergereist waren. Ihre Reise hatte sie auch emotional und geistig näher zusammengebracht. Sie hatten gelernt, dass ihre Unterschiede sie stärker machten und dass ihre ungleiche Freundschaft der Schlüssel war, um die Herausforderungen zu meistern, die vor ihnen lagen. Die Nacht fiel über den Ozean und die beiden Freunde ruhten sich in der Nähe eines sanft schwingenden Seetanks aus, beruhigt durch das sanfte Wiegen des Wassers. Während sie dort lagen, blickten sie zu den Sternen hoch, die durch die Wasseroberfläche schimmerten und fühlten sich zum ersten Mal seit Beginn ihrer Reise wirklich verbunden, nicht nur miteinander, sondern mit der ganzen Welt unter dem Meer. Der neue Tag begrüßte Trixie und Alfons mit einem Meer, das in den prächtigsten Blautönen schimmerte, während die ersten Sonnenstrahlen die Unterwasserwelt in ein kaleidoskopisches Paradies verwandelten. Doch trotz der Schönheit, die sie umgab, war der heutige Tag kein Tag für Müßiggang, er trug die Schwere einer Mission, die noch lange nicht erfüllt war. In ihren Herzen trugen sie die Last der Verantwortung, die Legende der verlorenen Perle zu entwirren und das Schicksal ihres Riffs zu sichern. Nach einer kurzen Stärkung setzten Trixie und Alfons ihre Reise fort. Sie wussten, dass der erste und wichtigste Schritt darin bestand, das Rätsel der alten Karte zu lösen, die Marina ihnen anvertraut hatte. Die Karte war in ein geheimnisvolles Material eingebrannt, das im Licht schillerte und dessen Markierungen nur bei der richtigen Beleuchtung vollständig sichtbar wurden. Als sie sich in einen ruhigen, sonnendurchfluteten Teil des Ozeans begaben, breitete Alfons die Karte vorsichtig vor ihnen aus. Die Strahlen der Morgensonne durchdrangen das klare Wasser und beleuchteten die Karte, wodurch geheimnisvolle Symbole und Linien zum Vorschein kamen, die zuvor unsichtbar gewesen waren. Siehst du das, Trixie? Rief Alfons aus, seine Stimme von Aufregung erfüllt. Diese Symbole müssen die Schlüssel sein, die uns zum Piratenschiff führen. Trixie beugte sich näher heran, ihre Augen konzentrierten sich auf die feinen Details. Die Karte zeigte eine Route, die durch gefährliche Strömungen, vorbei an tückischen Felsformationen und durch unbekannte Gewässer führte. Es war eine Route, die Mut und Geschick erforderte genau die Art von Herausforderung, für die sie geboren wurden. Während sie die Karte studierten, begannen sie zu verstehen, dass ihre Reise sie durch Orte führen würde, von denen sie nur zu träumen gewagt hatten. Es gab Zeichen, die auf warme Strömungen hindeuteten, die sie schneller vorwärts bringen konnten, aber auch auf dunkle Bereiche, die von gefährlichen Kreaturen bewohnt wurden. Wir müssen vorsichtig sein, warnte Trixie, während sie einen Finger über einen besonders düsteren Abschnitt der Route gleiten ließ. Aber ich glaube, wenn wir zusammenarbeiten, können wir es schaffen. Alfons nickte seine Entschlossenheit stärker denn je. Wir werden es schaffen, Trixie. Zusammen sind wir unschlagbar. Mit einer Mischung aus Entschlossenheit und Furcht im Herzen machten sich die beiden Freunde auf den Weg, die Route der Karte zu folgen. Sie schwammen durch warme, einladende Strömungen, die ihre Reise beschleunigten, und entkamen geschickt den gefährlichen Gebieten, die von der Karte gewarnt hatten. Doch es war nicht nur die physische Reise, die sie formte, es war auch eine Reise des Geistes. Mit jedem neuen Hindernis, das sie überwanden, wuchs ihr Vertrauen in sich selbst und ineinander. Sie lernten die Stille unter dem Meer zu schätzen, die Momente der Ruhe zwischen den Herausforderungen, die ihnen erlaubten, die Schönheit um sie herum wirklich zu schätzen. Als der Tag sich dem Ende neigte und sie einen ruhigen Zufluchtsort für die Nacht fanden, blickten Trixie und Alfons zurück auf den Weg, den sie zurückgelegt hatten. Sie waren weitergekommen, als sie je zu träumen gewagt hatten, und doch wussten sie, dass der schwierigste Teil ihrer Reise noch bevorstand. Doch in dieser Nacht unter einem Sternenhimmel, der durch die Wellen des Ozeans funkelte, fühlten sich Trixie und Alfons bereiter denn je, den Herausforderungen, die vor ihnen lagen, entgegenzutreten. Sie hatten die Karte entschlüsselt, hatten sich durch die ersten Prüfungen ihrer Reise gekämpft und hatten in der Tiefe des Meeres eine Freundschaft gefunden, die stärker war als jede Strömung. Mit der Karte als Leitfaden und dem unerschütterlichen Geist der Freundschaft in ihren Herzen setzten Trixie und Alfons ihre Reise durch das weite, unermessliche Meer fort. Das offene Wasser bot eine Schönheit, die atemberaubend war, doch in seiner Weite verbarg es auch Gefahren, die die beiden Gefährten sich kaum vorstellen konnten. Die Sonne stieg höher am Himmel, während sie mutig durch die sanften Wellen glitten, die von der morgendlichen Brise gekräuselt wurden. Das Meer war heute besonders lebendig, und jede Welle schien eine neue Herausforderung zu sein. Trixie führte mit ihrer angeborenen Anmut und Geschwindigkeit, während Alfons mit seinen starken Skiern für Schutz und Unterstützung sorgte. Plötzlich wurde ihre Reise durch eine unerwartete Begegnung unterbrochen. Ein Schwarm von Quallen, leuchtend und pulsierenden hypnotischen Farben, blockierte ihren Weg. Trixie und Alfons wussten, dass die Berührung dieser schönen, aber gefährlichen Kreaturen ernste Folgen haben könnte. »Schnell, folge mir«, rief Trixie und führte Alfons durch einen engen Pfad, der zwischen den Quallen hindurch führte. Mit einer Mischung aus Vorsicht und Bewunderung für die leuchtenden Wesen folgten sie einander, eng verbunden durch die unsichtbaren Fäden des Vertrauens. Kaum waren sie der Gefahr entkommen, wurden sie von einer anderen Herausforderung erfasst. Eine plötzliche, starke Strömung erfasste sie und zog sie weit von ihrem geplanten Kurs ab. Trixie kämpfte, um die Kontrolle zu bewahren, während Alfons versuchte, sie mit seiner Stärke zu unterstützen. Es war ein Kampf gegen das Meer selbst und für einen Moment schien es, als würde die Naturgewalt siegen. Doch in ihrer Not fanden sie Zuflucht hinter einem großen, ruhigen Riff, das ihnen Schutz vor der tobenden Strömung bot. Sie atmeten tief durch, dankbar für den Moment der Stille nach dem stürmischen Durcheinander. »Das war knapp«, sagte Alfons, seine Stimme zitterte leicht von der Anstrengung und dem Schrecken. Trixie nickte, ihre Augen spiegelten die Erleichterung und die unbezwingbare Entschlossenheit wieder, die sie beide teilten. »Aber wir haben es geschafft«, Alfons. Als sie ihre Reise fortsetzten, wurde ihnen klar, dass das offene Meer ebenso eine Prüfung ihrer Entschlossenheit wie ihrer Freundschaft war. Jede Welle, jede Strömung, jede Kreatur, die sie trafen, lehrte sie mehr über sich selbst untereinander. Ihre nächste Begegnung war weniger bedrohlich, aber nicht weniger bemerkenswert. Ein einsamer Delfin, spielerisch und freundlich, nährte sich ihnen, neugierig auf die ungewöhnlichen Reisenden. Der Delfin, den sie Luna tauften, bot an, sie eine Strecke ihres Weges zu begleiten und zeigte ihnen, wie man die Strömungen zu ihrem Vorteil nutzt. Luna wurde für eine kurze Zeit Teil ihrer Reise, ein Symbol der Freude und des Mutes, der selbst in den tiefsten Tiefen des Meeres zu finden war. Als sie sich schließlich verabschiedeten, hinterließ Luna eine Spur von Glitzer im Wasser, ein Geschenk der Meere und ein Zeichen der Hoffnung. Trixie und Alfons setzten ihre Reise mit erneuertem Mut und einer tiefen Dankbarkeit für die Freundschaften fort, die sie unterwegs geschlossen hatten. Sie wussten, dass noch viele Herausforderungen vor ihnen lagen, aber auch, dass sie jede Welle, jeden Sturm überstehen könnten, solange sie zusammen waren. Nachdem sie die Karte entschlüsselt und sich durch diverse Herausforderungen geschlagen hatten, erreichten Trixie und Alfons den Eingang zu einer Region, die selbst in den Legenden des Ozeans nur selten erwähnt wurde, die Tiefsee. Hier in den dunklen, unerforschten Tiefen des Meeres lag der nächste Hinweis auf ihrem Weg zur legendären Perle verborgen. Die Tiefsee war ein Ort wie kein anderer. Das Licht der Oberwelt konnte hier nicht eindringen und die Dunkelheit war so vollständig, dass sie fast greifbar schien. Doch trotz der Finsternis war dieser Ort nicht leblos. Biolumineszente Kreaturen erleuchteten ihre Umgebung mit einem geisterhaften, doch atemberaubenden Licht und seltsame, unbekannte Formen des Lebens trieben durch das Wasser. Trixie fühlte sich von der fremdartigen Schönheit der Tiefsee gleichzeitig eingeschüchtert und fasziniert. Es ist so anders hier unten, flüsterte sie, ihre Stimme eine Mischung aus Ehrfurcht und Angst. Alfons, obwohl ebenfalls von der Szene beeindruckt, bewahrte einen kühlen Kopf. Erinnere dich, Trixie, sagte er entschlossen, wir sind hier aus einem Grund. Lass uns unsere Furcht überwinden und weitermachen. Die Perle ist irgendwo da unten. Mit vorsichtigen Bewegungen navigierten die beiden Freunde tiefer in die Dunkelheit. Ihre Augen gewöhnten sich langsam an das schummrige Licht und sie begannen, die Schönheit um sich herum zu erkennen. Leuchtende Qualen schwebten wie lebendige Laternen durch das Wasser, während Fische, deren Körper in schillernden Farben leuchteten, neugierig ihre neuen Besucher umkreisten. Plötzlich wurden sie von einer sanften, aber festen Strömung erfasst, die sie zu einer riesigen Unterwasserhöhle zog. Die Höhle war von innen beleuchtet, ihr Licht kam von tausenden winziger, leuchtender Organismen, die die Wände bedeckten. Es war wie eine verborgene Welt, ein Geheimnis, das nur darauf wartete, enthüllt zu werden. In der Mitte der Höhle entdeckten Trixie und Alfons eine antike Statue, die einen großen, glänzenden Gegenstand in ihren Händen hielt. Mit zitternden Flossen schwammen sie näher heran, bis sie erkennen konnten, dass es sich nicht um die gesuchte Perle handelte, sondern um einen Kompass, antik, verziert und eindeutig von Bedeutung. Ohne Licht keine Richtung, ohne Hoffnung kein Licht, las Alfons die Inschrift, die in den Kompass eingraviert war. Sie schauten sich an, verwirrt, doch dann hatte Trixie einen Geistesblitz. Alfons, es muss eine Metapher sein. Wir müssen das Licht der Hoffnung finden, um unseren Weg zu finden, sagte sie mit wachsender Aufregung. Mit neuen Kräften inspiriert, suchten Trixie und Alfons die Höhle weiter ab und entdeckten schließlich einen schmalen Spalt, aus dem ein sanftes, pulsierendes Licht strömte. Mit vereinten Kräften bewegten sie die Statue so, dass der Lichtstrahl direkt auf den Kompass fiel. Zu ihrer Verblüffung begann dieser sich zu drehen und stoppte schließlich, wobei die Nadel fest in eine Richtung zeigte. Sie hatten es geschafft. Der Kompass wies ihnen nun den Weg, nicht nur aus der Höhle hinaus, sondern auch zum nächsten Ziel auf ihrer epischen Reise. Mit erneuertem Mut und einem Gefühl der Bestimmung verließen Trixie und Alfons die geheimnisvolle Welt der Tiefsee, getragen von der Gewissheit, dass ihre Mission mehr als nur eine Suche war, es war ein Weg, sich selbst und die unermesslichen Tiefen der Freundschaft zu entdecken. Mit dem geheimnisvollen Kompass als Leitfaden und einer neuen Entschlossenheit im Herzen setzten Trixie und Alfons ihre Reise fort. Der Kompass führte sie durch die dunkelsten Schluchten und die stillsten Wassergebiete, wo das einzige Geräusch das sanfte Echo ihrer eigenen Bewegungen war. Aber trotz der unheimlichen Stille und der ständigen Bedrohung durch die Tiefsee fühlten sie sich nie verloren, der Kompass war wie ein stetiges Versprechen, dass sie auf dem richtigen Weg waren. Nach unzähligen Stunden und scheinbar endlosen Meereslandschaften erreichten sie schließlich ihr Ziel. Vor ihnen, versteckt in den schattigen Tiefen, lag das, was zweifellos das versunkene Piratenschiff aus den Legenden sein musste. Es war ein ehrfurchtgebietender Anblick, ein riesiges, zerfallendes Schiff, das über Jahrhunderte hinweg von den Wellen- und Meeresbewohnern geformt wurde. Seine einst stolzen Masten waren gebrochen und von Seetang umschlungen, und sein Rumpf war von Korallen überwuchert, die es zu einem Teil des Meeresbodens gemacht hatten. Trixie und Alfons teilten einen Moment der Stille, als sie das Schiff betrachteten, dass so viele Geheimnisse und vielleicht auch den Schlüssel zur Rettung ihres Riffs bark. Aber es gab keine Zeit zu verlieren. Mit einem tiefen Atemzug, so tief wie es unter Wasser eben möglich ist, schwammen sie zum Eingang des Schiffswracks. Die Innenräume des Schiffes waren wie ein Labyrinth, voller verfallener Kabinen und dunkler Gänge. Jeder Raum erzählte eine eigene Geschichte, ein Echo von Abenteuern und Tragödien, die längst vergangen waren. Trixie und Alfons mussten vorsichtig sein, denn das Schiff barg viele Gefahren, einstürzende Decken, scharfe Metallteile und enge Passagen, die leicht zur Falle werden konnten. Während sie tiefer in das Schiff vordrangen, fanden sie verschiedene Artefakte, zerbrochene Kompassstücke, verblichene Siegkarten und Truhen, die längst von ihrem Inhalt geleert waren. Jeder Fund war ein Stück des Puzzles, das die Geschichte des Schiffes und seiner letzten Reise zusammenfügte. Nachdem sie einen besonders engen und dunklen Gang durchquert hatten, betraten sie schließlich den Kapitänsraum, das Herz des Schiffes. Der Raum war überraschend intakt, mit einem großen, hölzernen Schreibtisch und einer zerbrochenen Flasche, die noch immer auf ihm stand. Aber das wirkliche Juwel des Raumes war das, was dahinter lag, eine massive, eisenbeschlagene Truhe, die mit seltsamen Symbolen verziert war und ein schwaches, geheimnisvolles Leuchten ausstrahlte. Ohne zu zögern, näherten sich Trixie und Alfons der Truhe. Mit vereinten Kräften hoben sie den schweren Deckel und enthüllten, zu ihrer Überraschung und Erleichterung, nicht nur Gold und Juwelen, sondern auch ein glänzendes Objekt, das inmitten des Schatzes lag. Es war eine Perle, aber keine gewöhnliche Perle, sie leuchtete mit einem inneren Licht, das die gesamte Kabine in einen sanften, beruhigenden Glanz tauchte. Trixie und Alfons sahen sich in Ehrfurcht an. Sie hatten es gefunden, die legendäre Perle, das Objekt ihrer langen und gefährlichen Reise. Doch während sie das kostbare Juwel in ihren Händen hielten, wussten sie, dass ihre Reise noch nicht zu Ende war. Sie mussten die Perle sicher nach Hause bringen und das größte Abenteuer lag noch vor ihnen. Mit der leuchtenden Perle sicher in ihren Flossen fühlten Trixie und Alfons eine Mischung aus Euphorie und Furcht. Sie hatten das Unmögliche möglich gemacht, das versunkene Piratenschiff gefunden und die legendäre Perle geborgen. Doch ihr Triumph war nur von kurzer Dauer, denn als sie sich darauf vorbereiteten, das Schiffswrack zu verlassen, spürten sie eine Veränderung in ihrer Umgebung. Das Wasser um sie herum begann sich zu bewegen, sanft zuerst, dann immer heftiger, bis ein mächtiger Strudel entstand, der sie unweigerlich in seine Tiefe zog. Trixie und Alfons hielten sich fest aneinander, als sie durch den Strudel gezogen wurden, bis sie schließlich in einer riesigen, unterirdischen Kammer landeten, die von biolumineszenten Algen erleuchtet wurde. In der Mitte der Kammer stand eine gewaltige Gestalt, Neptun selbst, der Gott der Meere. Er war majestätisch und furchteinflößend zugleich, mit einem langen, weilenden Bart und einem Dreizack, der in der Dunkelheit funkelte. Seine Augen waren tief und unergründlich, und als er sprach, bebte der Ozean um ihn herum. Tapfere Reisende begann Neptun mit einer Stimme, die wie das Rauschen der Wellen klang, ihr habt die Prüfungen der Tiefsee überstanden und die verlorene Perle geborgen. Aber bevor ihr weiterziehen könnt, müsst ihr mir beweisen, dass ihr ihrer würdig seid. Trixi und Alfons tauschten einen besorgten Blick. Sie hatten so viel durchgemacht, um die Perle zu finden, und jetzt stand ihnen die größte Herausforderung noch bevor. Neptun hob seinen Dreizack und das Wasser um sie begann zu wirbeln, formte Bilder und Szenen aus ihrem eigenen Leben und ihren Abenteuern. Ihr habt Mut und Entschlossenheit bewiesen, fuhr Neptun fort, aber wahre Stärke liegt nicht in der Überwindung äußerer Gefahren, sondern in der Fähigkeit, die eigenen Ängste zu überwinden und für das Wohl anderer zu handeln. Mit diesen Worten stellte Neptun ihnen eine Aufgabe, sie sollten ihm das kostbarste Gut bringen, das sie besaßen. Trixi und Alfons überlegten fieberhaft. Was konnte wertvoller sein als die Perle, die sie gerade gewonnen hatten? Doch dann erkannten sie, was Neptun wirklich von ihnen verlangte. Mit zögernden Schritten traten sie vor und boten nicht die Perle, sondern ihre Freundschaft und ihren unerschütterlichen Glauben aneinander an, die wahre Kraft, die sie durch alle Prüfungen getragen hatte. Sie erklärten, dass sie bereit wären, die Perle und sogar ihr eigenes Wohl für das größere Gut und den Schutz ihres Riffs zu opfern. Neptun betrachtete sie lange, dann nickte er langsam, ein Lächeln umspielte seine Lippen. Ihr habt weise gewählt, sagte er. Die wahre Perle des Ozeans ist nicht ein Juwel, sondern das Herz und die Verbundenheit zwischen denen, die sich dem Meer verschreiben. Geht jetzt, Trixi und Alfons, und bringt die Perle zurück zu eurem Riff. Ihr habt meinen Segen, Mit einem Wellenschlag seines Dreizacks löste Neptun den Strudel auf und öffnete ihnen den Weg zurück. Trixi und Alfons, jetzt mit neuem Vertrauen und der Gewissheit, dass sie das richtige Taten, schwammen mit der Perle fest im Griff zurück zum Riff, bereit, ihre letzte und größte Aufgabe zu erfüllen. Nach ihrer Begegnung mit Neptun, bewaffnet mit seinem Segen und der erneuerten Entschlossenheit, kehrten Trixi und Alfons zum Riff zurück, die leuchtende Perle sicher in ihren Flossen. Die Reise zurück war weniger eine Prüfung der Stärke als eine des Geistes. In ihrem Herzen wussten sie, dass die wahre Herausforderung noch bevorstand, die Perle zu nutzen, um ihr Riff und ihre Gemeinschaft vor der drohenden Katastrophe zu bewahren. Während sie näher kamen, bemerkten sie jedoch eine Veränderung. Das Wasser, das einst klar und lebendig war, schien trüber, die Farben des Riffs blasser. Die einst lebhaften Bewohner des Riffs versteckten sich nun, geplagt von der Angst und der Dunkelheit, die sich wie ein Schatten über ihr Zuhause gelegt hatte. Es war ein Anblick, der beide tief traf und ihre Entschlossenheit nur noch verstärkte. Sie erreichten das Zentrum des Riffs, wo die Bewohner in einer verzweifelten Versammlung zusammengekommen waren. Als Trixie und Alfons mit der Perle erschienen, breitete sich eine Welle der Hoffnung unter den Meeresbewohnern aus. Doch bevor sie handeln konnten, verdunkelte sich das Wasser plötzlich, als eine riesige Gestalt aus der Tiefe auftauchte. Es war der Schatten eines alten Feindes, eines monströsen Als, der seit Generationen das Riff bedrohte und nun durch die geschwächte Barriere, die das Riff schützte, eingedrungen war. Er hatte die Veränderung gespürt und war gekommen, um die Quelle der neuen Macht, die Perle, für sich zu beanspruchen. Trixie und Alfons, obwohl erschöpft von ihrer langen Reise, wussten, dass es keine Zeit gab, zu zögern. Mit der Unterstützung ihrer Freunde und der Gemeinschaft stellten sie sich dem All entgegen, ein Kampf, der nicht nur ihre Stärke, sondern auch ihren Mut, ihre Hoffnung und ihren Glauben aneinander herausfordern würde. Die Schlacht war heftig und unerbittlich. Der All war stark, aber die Entschlossenheit von Trixie, Alfons und ihren Freunden war stärker. Sie kämpften nicht nur für sich selbst, sondern für das Überleben ihres gesamten Riffs. In einem entscheidenden Moment gelang es Trixie, die Perle in die Höhe zu heben und ihr Licht in die Dunkelheit zu strahlen, das so kraftvoll war, dass es den All zurückdrängte und ihm seine Stärke nahm. Geschwächt und besiegt zog sich der All zurück in die Abgründe des Ozeans und das Wasser um sie herum klärte sich langsam. Die dunkle Bedrohung war gebannt, das Riff und seine Bewohner waren sicher und das alles dank der Tapferkeit und dem unerschütterlichen Geist zwei ungleicher Freunde, die zusammen alles überwinden konnten. Der Sieg war süß und das Riff erblühte erneut in voller Farbenpracht, lebendiger und schöner als je zuvor. Trixie und Alfons wurden gefeiert als Helden, die nicht nur die Perle zurückgebracht, sondern auch das größte Übel, das ihr Zuhause bedrohte, besiegt hatten. In diesem Moment der Triumphs erkannten sie, dass ihre größte Stärke in ihrem Zusammenhalt und ihrer Freundschaft lag, ein Band, das stärker war als jede Dunkelheit. Nach dem Sieg über den monströsen All und der Wiederherstellung des Friedens im Riff, spürten Trixie und Alfons, dass ihre Aufgabe noch nicht ganz vollendet war. Die Perle, die sie aus den Tiefen des Meeres geholt hatten, strahlte immer noch mit einer ruhigen, aber kraftvollen Energie. Es war klar, dass ihre letzte Prüfung darin bestand, die richtige Verwendung für die Perle zu finden, um sicherzustellen, dass das Riff nie wieder einer solchen Gefahr ausgesetzt sein würde. Die Gemeinschaft versammelte sich um die beiden Helden, während sie über das Schicksal der Perle berieten. Es gab viele Vorschläge, von der Erstellung einer schützenden Barriere bis hin zur Verwendung der Perle als Quelle ewigen Lichts, das das Riff gegen alle Schatten verteidigen würde. Doch Trixie, die die Perle in ihren Flossen hielt, spürte, dass ihre wahre Bestimmung noch tiefer lag. Es ist nicht genug, das Riff nur zu beschützen, sagte Trixie mit fester Stimme, während sie die Perle betrachtete. Wir müssen es stärken, damit es sich selbst verteidigen kann, selbst in unserer Abwesenheit. Alfons nickte zustimmend. Wir müssen die Perle an der Quelle des Riffs verwenden, an seinem Herzen. Dort kann ihre Kraft das Wachstum und die Gesundheit des Riffs verstärken, sodass es jeder Bedrohung widerstehen kann. Mit der Entscheidung fest im Herzen machten sich Trixie und Alfons, begleitet von den besten Wünschen ihrer Freunde und Familien auf den Weg zum Herzen des Riffs. Dort in der Tiefe, wo das Riff am lebendigsten war, fanden sie eine kleine Höhle, in deren Zentrum ein uralter, aber erloschener Korallenbaum stand. Sie wussten, dass dies der Ort war. Mit einer Mischung aus Ehrfurcht und Entschlossenheit platzierte Trixie die Perle in den Kern des Korallenbaums. Ein helles Licht erfüllte die Höhle, während die Energie der Perle sich mit dem Baum verbannt und sich langsam im gesamten Riff ausbreitete. Die Veränderung war sofort spürbar. Das Riff begann zu leuchten, nicht nur mit der biolumineszenten Schönheit, die es einst besessen hatte, sondern auch mit einer neuen, widerstandsfähigen Kraft. Die Korallen erstrahlten in kräftigeren Farben, die Meeresbewohner kehrten in größerer Zahl zurück und das gesamte Ökosystem pulsierte mit einem neuen, gesunden Leben. Trixie und Alfons beobachteten das Wunder, das sich vor ihnen entfaltete, und wussten, dass sie ihre wahre Prüfung bestanden hatten. Sie hatten nicht nur das Riff gerettet, sondern ihm auch eine neue Chance auf Wachstum und Gedeihen gegeben. In der Stille dieses triumphalen Moments erkannten sie, dass wahre Stärke nicht in der Macht über andere liegt, sondern in der Macht, zu heilen und zu erneuen. Sie hatten gelernt, dass Heldenmut nicht nur im Kampf gegen die Dunkelheit liegt, sondern auch in der Fähigkeit, Licht und Hoffnung zu bringen. Das Riff und seine Bewohner würden diesen Tag nie vergessen, den Tag, an dem zwei ungewöhnliche Freunde zurückkehrten, nicht nur als Helden, sondern als wahre Bewahrer des Meeres. Das Riff war wieder zum Leben erwacht, stärker und lebendiger als je zuvor, alles dank Trixie und Alfons sowie der magischen Perle. Die Bewohner des Riffs, von den kleinsten Siebfertchen bis zu den ältesten Meeresschildkröten, versammelten sich, um ihren Dank auszudrücken. Eine Feier wurde zu Ehren der beiden Helden vorbereitet, die nicht nur ihr Zuhause gerettet, sondern auch seine Zukunft gesichert hatten. Während der Feierlichkeiten unter einem Himmel, der vom leuchtenden Plankton so hell erleuchtet wurde, als würden Sterne unter Wasser tanzen, teilten Trixie und Alfons stille Blicke des Verständnisses und der Freude. Sie hatten mehr erreicht, als sie je für möglich gehalten hatten. Sie hatten ihre Ängste überwunden, große Gefahren gemeistert und dabei eine Freundschaft geschmiedet, die tiefer ging als das tiefste Meer. Inmitten der Festlichkeiten trat der Älteste des Riffs, eine weise alte Meeresschildkröte namens Marlon, vor. Seine Augen streiten mit einer Mischung aus Stolz und Weisheit, als er sprach, Trixie und Alfons, ihr habt uns alle gelehrt, was es bedeutet, Mut, Hoffnung und Verbundenheit zu besitzen. Ihr habt nicht nur unser Riff gerettet, sondern uns auch gezeigt, dass zusammen wir alle Hindernisse überwinden können. Die Gemeinschaft stimmte den jubelnden Beifall ein, aber Marlon hob eine Flosse für Ruhe. Als Zeichen unserer Dankbarkeit und Anerkennung möchten wir euch etwas überreichen. Er führte die beiden zu einem speziell angefertigten Denkmal, das ihre Silhouetten und die Perle darstellte, umgeben von einer blühenden Korallenkrone. Trixi und Alfons waren überwältigt. Sie hatten nie nach Ruhm oder Anerkennung gestrebt, ihre Reise war aus der Notwendigkeit geboren, ihr Heim zu retten. Aber in diesem Moment erkannten sie, dass ihre Geschichte eine Quelle der Inspiration für zukünftige Generationen sein würde, ein Beweis dafür, dass Liebe und Freundschaft die dunklesten Zeiten erhellen können. Als die Feierlichkeiten nachließen und der Ozean sich beruhigte, fanden sich Trixi und Alfons allein am Rande des Riffs wieder, blickten hinaus auf den endlosen Ozean, der sie einst auf diese unglaubliche Reise geschickt hatte. Was kommt als nächstes für uns? Fragte Trixi ihre Stimme ein sanftes Murmeln gegen das Rauschen der Wellen. Alfons blickte in die Ferne dann zu seiner Freundin. Was auch immer kommt, Trixi, wir werden es zusammen meistern. Denn echte Abenteuer entstehen nicht nur aus dem, was wir tun, sondern mit wem wir sie teilen. Und mit diesen Worten wussten sie, dass dies nicht das Ende, sondern der Anfang neuer Geschichten, neue Abenteuer und neue Träume war. Ihre Freundschaft, gefestigt in den Tiefen des Meeres und im Herzen des Riffs, würde sie durch alle Gezeiten führen. Das Riff jetzt ein Symbol der Hoffnung und der Stärke, Blüte auf, ein strahlendes Juwel im endlosen Blau, ein Zeichen dafür, dass selbst in den dunkelsten Momenten Licht gefunden werden kann, solange man die Reise zusammen bestreitet. Schnell Schnell schn schn und der Schnell schn Vielen Dank.